Brutale Stimmung vor dem Spiel, während dem Spiel, nach dem Spiel. Es macht unheimlich Spaß und direkt jetzt kann die Saison losgehen und wir haben richtig Bock. Ich habe gehört, du bist Schott-Mitarbeiter. Ich bin Schott-Mitarbeiter, ja. Einfach BVB-Fan. Einfach BVB-Fan, ja. Die Vorfreude ist riesig, ich bin sehr, sehr gespannt und ich hoffe auf einen deutschen Sieg. Das muss sein, das muss jetzt was werden, denn die Stimmung heute Abend nicht gut. Ich glaube, TSV ist ein guter Gegner, der sich wirklich reinhängen wird. Es ist kein Rainer Dorf-Verein, insofern das finde ich ganz gut. Die machen eine super Party dazu, haben leider ein bisschen Pech gehabt beim Wetter, aber ansonsten wird es was werden. Ja, unfassbar, nach den Geschehnissen, was letztendlich noch passiert ist, kommst du ja raus, schon bei der Platzbesichtigung. Es ist halbe Stadion, schon gelb und am Schluss das Gefühl, das ganze Stadion ist gelb. Unfassbar, dafür vielen Dank an die Fans. Es hat 15 Minuten gedauert, um die neue Saison zu adaptieren, aber im Endeffekt haben wir den Job gemacht. Es hat 15 Minuten gedauert, um die neue Saison zu adaptieren, aber im Endeffekt haben wir den Job gemacht. Du hast dir wahrscheinlich deinen Einsatz nach der Rückkehr auch etwas anders vorgestellt. Du kommst früh rein für Niklas Süle, wie war das für dich in dem Moment? Ja, glücklicherweise kam ich gerade vom Aufwärmen von diesen fünf Minuten in der ersten Halbzeit. Deswegen ging es eigentlich relativ schnell und die haben zum Glück nicht gepresst, deswegen war es ganz gut. Wie hat es sich für dich eingefühlt auf dem Platz? Ja, wieder schön. Ich glaube, es waren jetzt zwei, zweieinhalb Wochen, wo ich nicht gespielt habe, aber wie gesagt, ich fühle mich gut. Ich habe mich die ganze Zeit gut gefühlt, auch während der Verletzung. Deswegen, ich bin bereit und ich habe auch Bock auf nächste Woche. Und dann hat der Gegner noch 2-1 gemacht, dann wurde ein bisschen wackeliger, weil die Zuschauer auch so dazu gekommen sind. Und dann sofort das 3-1 war super. Der 2-1 war ein bisschen komplexer, der Cross von Ramy. Ich habe gesehen, dass der Defender und Marco Reus waren zu kurz, um den Ball zu nehmen, also ich kontrollierte es ein bisschen zu weit, also der Defender dachte, dass er es könnte. Aber mit dem 47, ich habe nur den Ball gespielt und wieder zurückgezogen und zurückgezogen. Also bin ich ziemlich glücklich mit dem 1. Ich bin schon unglücklich gefallen, mir brummt ein bisschen der Schädel gerade, aber das war keine Absicht von ihm, deswegen ist Fußball voll von ihm. Danach aufstehen, weitermachen, dann passt das nicht. Ja, ich habe einen Doppelpass mit Donny gespielt, da habe ich das getan, was eine Stürmer machen musste, einfach den Innenverteidiger austribeln und dann das Tor treffen und ja, ich habe gehört, das war schön. Sepp hat getroffen, ich habe getroffen, das gibt unserem Selbstvertrauen für nächste Woche, die Saison geht los und ich glaube, wenn beide Stürmer im Tor, sage ich mal, torreich so hinkommen und dann umso besser für eine Mannschaft. Ja, das war Wahnsinn, also ich habe nicht gedacht, dass so viele Zuschauer hier hinkommen. Das macht auch eine Unterschiede, wenn du weißt, dass deine Fans dich unterstützen, sogar den Weg. Es macht unheimlich Spaß und wie gesagt, jetzt kann die Saison losgehen und wir haben richtig Bock.